Das muss der Workshop gefressen haben. Richtig. Der Workshop ist schuld. Ich hab da einen extra mega langen Text zugeschrieben. Schön gegliedert und so weiter. Ich musste den Zeile für Zeile da rein kopieren. So ein Scheiß. Der sowas programmiert. Also manchmal frage ich mich wirklich. Das geht doch nicht. Wie sieht's denn aktuell mit Tieren aus? Nicht so gut. So, meine Wölfe kriegen den Z-Status. Ah, der ist auch schon schwanger. Sehr gut. Ansonsten, was ist denn hier mit meinen rudelbumsenden Tieren? Hallo? Ihr sollt hier... Ich brauch Geld. Ich versuch das immer mit Vivarien. Der Inspektor kommt in 10 Monaten. Alles klar. Aber ich muss sagen, das ist eine schöne Kampagne. Also, mehr Platz haben wir nicht. Wir haben wie immer Geldprobleme. Deswegen wird hier alles ganz billig hingeschissen. Ja, ich hab jetzt schon wieder ein Personalproblem, weil ich ja mit der Forschung und so weiter weiterkommen will. Aber, naja. Man kennt das ja. Wie ist denn der Barriere-Status? Nicht so gut. Dann können wir mal einen Techniker rufen. Wo war denn das? Wo war denn das? Ich fühl mich hier noch nicht zurecht. Ich spiel das noch nicht so lange. Hier, Techniker rufen. Warum schreibst du vor manchen Namen ein Z? Das Z ist für mich der Hinweis für Zucht. Das heißt, ich hab da mir so ein paar Abkürzungen, damit ich, wenn ich hier so eine ewig lange Tierliste habe, dass ich immer gleich erkennen kann, dass ich diese Tiere zur Zucht verwende. Dass das also, wenn ich so ein Vivarium leer mache, dass ich mir nicht jedes einzelne Tier angucken muss, sondern im Grunde erstmal alles, was Z hat, bleibt drin und alles andere fliegt raus. Das muss man ein bisschen im Auge behalten, aber so merke ich mir das. Und bei Mitarbeitern zum Beispiel habe ich hier ein F. Das sind dann die, die forschen. Dass ich die nicht für andere Dinge zum Beispiel bei Arbeitsbereichen einsetze. Hab ich eigentlich meinen, ich hab da einen Arbeitsbereich gemacht, ne? Warum hab ich den denn eigentlich noch nicht da drauf gesetzt? Ne? M oder V? Ja. Also wofür die Abkürzungen dann auch immer sind. Jeder kann das so... Aber ich finde das ganz interessant. Ich benenne zum Beispiel auch die Vivarien und die Gehege. Ne? Entsprechend mit den Tieren, damit ich, falls mal irgendwas passiert, immer sofort weiß, wo ich gerade gedanklich bin. Ja, wir haben echt ein Problem, weil in der Kampagne wird ganz viel zerstört. Mutter und Vater. Alles klar, ja. Geht's euch so schlecht? Ja, ich glaube, ich muss den 50.000er aufnehmen und bauen, oder? Wo ist denn mein Sicherheitsdienst? Alter, nun lauf doch nicht da hinten rum, du Krepel. Du sollst hier vorne für Sicherheit sorgen. Arsch. Fresse dich. Komm mal her. So, und jetzt schmeißt die raus. Schön kopfnuss. Mach mal deutschen Polizisten. Kopfnuss und raus. Schön wegboxen. Ja, ich wollte den hier eigentlich, aber das war vielleicht die falscheste Idee. So, komm, wir nehmen jetzt erstmal einen Kredit auf. Ich mache mal wieder Pause. Sicher, sicher. Dann machen wir denen hier hinten noch so eine Versteckmöglichkeit hin. Aber jetzt nehmen wir erstmal Geld auf. Ich komme nicht drum herum. Die sind so knapp im Messen. Du kannst hier überhaupt nicht schön arbeiten. So, ein paar Kameras. Ja, das können wir jetzt auch machen. Jetzt haben wir ja wieder Geld. Warte mal, dann setzen wir das hier einfach weiter. Also bitte nicht irritiert sein. Wir sind in der Kampagne. Wir bauen hier nicht schön. Erstmal nicht. Sondern wir müssen erstmal an Geld kommen. Das ist das Einzige, was wir jetzt erstmal machen. Deswegen wird hier alles irgendwie so hingepappt und fertig ist. So, dann hätten sie hier einen Sichtschutz. Dann können wir hier noch ein bisschen Stroh reinlegen. Eins, zwei, drei. Dann hoffe ich, dass sie sich dahin verdrücken. Und dann nehmen wir das hier mal raus. Gruppenbearbeitung beenden. Dann machen wir das hier weg. Gibt ja wieder Geld zurück. Stroh verkaufen, 7,50 Euro. Ist doch was. Und dann wollen wir jetzt mal eben den Tipp mit den Sicherheitskameras nochmal umsetzen. Ich war halt nur zu geizig. Ihr kennt das. So, die großen Kosten. Wir nutzen natürlich hier die billigen. V. So. Heatmap. Alles klar. Komm, wir sind ja hier eine hin. Wir sind nicht in der Gruppenbearbeitung, oder? Ne. So, und dann packen wir hier noch eine hin. Und das wird am Ende alles natürlich nochmal schön gemacht. Wir machen es eigentlich nur eben, damit wir es gebaut haben. Damit wir Geld verdienen. Und sobald wir in den Plus-Bereich kommen, ist jod. So. So, dann haben wir Sicherheitskameras. Dann reparieren wir mal eben. Damit es auch nicht so viel negative Kritik gibt. Äh, von diesen Gästen. Sollen wir deinen Zoo eigentlich auch mal fluggummieren? Fluggummieren? Was? Fluggummieren? Was meinst du mit Fluggummieren? Ihr könnt euch den bei Nacht angucken. Ich hab viel Wert auf Illumination gelegt. Wenn du das meinst. Aber fluggummieren? Hä? Du könntest mal eher sagen, wie ich diese blöden... Warum schaffen eigentlich alle anderen Zoos so wahnsinnig hohe Gästezufriedenheit? Nenn mal einen Besucher um in Selena M. Und dann ist alles kaputt, oder was? Warte mal, wie heißt denn der? Das sind die, die neuen Zoospeichern. Und dann nach den gleichen oder einen anderen in JC. Okay. Also, nenn mal einen Besucher um in... See... Le... Na... M. Jetzt haben sie alle Luftballons, okay. Ähm, und dann einen anderen... Hier, der kurze. In... JC. Beim Umbenennen... Beim Umbenennen... JC. Oh nein. Oh nein. Die guten Luftballons. Ihr kommt immer auf Dinge. Das ist unglaublich. Das ist wie diese... Diese Plastikfolien da. Viel Spaß beim Verklicken. Umweltverschmutzung. Genau. Jetzt haben die schon wieder Durst. Aha. Unglaublich, oder? Was die hier alle machen. Äh, jetzt sind alle Besucher traurig, weil ihre Ballons weg sind. Ja, ne? Gästezufriedenheit 0%. Siehste? Die Luftballons anklicken. Ja, die kannst du zerblasen lassen, ne? Huch. Ist die nächste Zoo-Challenge, oder was? So. Janni, willkommen auf FettLP. Ich grüße dich. Also, nicht, dass du hier bist, sondern... ...als neuer Follower hier auf FettLP. Ist ja wie Osu. Wer ist Osu? Also, allen eine gute Nacht. Janni, dir auch. Und, äh... Ja, äh... Nochmal vielen herzlichen Dank für den Zoo, den du da gebaut hast. Ist wirklich inspirierend. Und, äh... Ich gucke mir den auch nochmal sehr intensiv an, weil ich mir sehr viel Gedanken um meine Gehege machen muss. Vielleicht liege ich ja mit meinem Tipp richtig. Also, ich habe ja eigentlich dafür gesorgt, dass sehr, sehr viel Essen, Trinken, Bänke und Kloster sind, ne? Ähm... Könnte sein, dass, äh, auf die, ähm, Besucher, ähm, Auswirkungen auch hat, äh... Oder massiv die, die, äh, Gehege. Wenn die Gehege scheiße sind, dass du machen kannst, was du willst. Die Gäste sind immer noch, äh... Die Zufriedenheit steigerst am besten mit den Tiererhaltungstafeln. Davon habe ich unzählige drin. Und Geschäfte. Kann ich, würde ich jetzt so an der Stelle noch nicht bestätigen, äh, dass mir das geholfen hat. Sie müssen die Tiere halt sehen. Naja, sie waren halt nur nicht, äh... Also, ich sehe die nicht. Glückliche Tiere gleich glückliche Besucher. Ja, die Tiere sind glücklich, aber die Gehege sind scheiße. Äh, offenkundig. Also, ich fand die super, aber... Sehe nur die Tierinfo. Äh, Ibis Game, wo siehst du gerade nur die Tierinfo? Wir sind, äh, gedanklich gerade beim Minizoo. Hast du ihn schon gesehen? Weil dieser Zoo, das ist Kampagne. Das ist eine ganz... Das hier, das Tier ist egal. Ich bin ja eigentlich, äh... Oder ich habe ja angefangen, äh, mit, äh, Corona-Ausbruch, äh, Kampagne zu spielen. Und der Minizoo, das ist ja nur so eingeschoben worden, weil ich auf Twitter gelesen habe, dass eine mir damals unbekannte Person mich, äh, nominiert hat, äh, daran teilzunehmen. Und dann habe ich gedacht, Challenge accepted, machen wir. Ja. So ist das gekommen. Tiererhaltungstafel... Also, die Bildschirme sind die Tierinfo. Und die Erhaltungstafel ist die, wo du die Umwelteinflüsse einstellst. Die Erhaltungstafel ist, wo du die Umwelteinflüsse einstellst. Meinst du die hier unten? Umwelteinflüsse einstellst. Äh, ich stehe gerade auf ein bisschen Leitung. Warte mal, ich muss mal, ich muss mal leider... Kann mal wieder hell werden, ich müsste das nächste G geboren. Ähm, weil ich verliere Geld. Und Geld verlieren ist immer schlecht, weil, äh, dann... Du hattest doch Erhaltungstafeln in deinem Minizoo. Diese großen, mit Bienensterben und so. Ja, ja, davon habe ich höchstens 70 oder so gehabt. Ja. Könnte das passen? Ich weiß nicht, wie viele haben wir? Acht mal mindestens fünf? Also 40, 50, ja. Habe ich genutzt, ja. Okay, die meine ich. Davon hatte ich so, weiß ich nicht, also bestimmt 40, 50 habe ich davon im Zoo verbaut. Ich bin da immer sehr großzügig, weißt du? Was Wissen angeht, immer raus damit. Und, äh, alle schön durchmischt, ne? Also da habe ich, äh, penibels drauf geachtet, dass, äh, ich nicht 20 Mal Bienensterben habe, sondern immer gleich viel von jedem. Soweit das möglich war. Und auch nicht alle hintereinander, sondern immer schön gemischt. Weißt du, statt ein gutes Gehege zu bauen, habe ich mich in solchen Kleinigkeiten aufgehalten. Pfff. Äh. Und ausreichend Geschäfte, äh, schöne Gehege, wo die Leute gut die Tiere sehen. Ja, also, äh, Geschäfte, damit meinst du wahrscheinlich nicht nur, äh, Looney Balloons und sowas, sondern auch Essen, Trinken. Davon haben wir mehr als genug. Ähm, also auch. Kommen aber trotzdem nur auf, äh, 70, ein bisschen 71, 72 Prozent, was Essen, Trinken angeht. Obwohl wir ganz viele Plasas und so weiter haben. Überall können die sich was zu essen und zu trinken kaufen. Reicht diesen Lotzen aber auch nicht. Ja, und dann die Gehege. Also, ich glaube tatsächlich, dass meine schlechte Bewertung vornehmlich auf den Gehegen beruht. Weil der Rest ist ja da. Wir haben genug Parkbänke. Äh, wir haben genug zu essen, zu trinken. Das kann kein Problem sein. Also, die können überall was zu essen und zu trinken kaufen. Äh, sie können sich auf den ganzen Wegen hinsetzen in schöner Atmosphäre. Wir haben Atmosphären, äh, Geräusche. Wir haben Musik, wir haben Beleuchtung. Ist ja alles da. Ja, also der ganze Zoo in sich ist ja, ne, denk mal an mein Wolfsgehege und die Blockhütte. Der Balkon ist im Gehege und das finden die Besucher toll. Genauso wie die Brücke, die über die beiden Gehege geht. Jaja, ich denke, ne, äh, den letzten Stern bekommst du durch die Werbung. Die habe ich auch eingestellt. Also, fünf Sterne hatte ich. Wenigstens hier unten, ne. Ähm, aber die Gästezufriedenheit war halt, äh, nicht so gut. Also, Bildung war ich irgendwo in den 80ern oder noch höher. Weil überall gab es Bildung. Nichts überschnitzig. Also, so Sachen sind ja alle... Die Gehege waren viel zu groß. Das Ganges-Gavial-Gehege zum Beispiel. Ja, 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 ja. Aber so, weißt du, so ein müffelnder Alligator, der brauchte auch schon mal viereinhalb Tausend Quadratmeter, oder nicht? Ja, die Gehege waren zu groß. Das sehe ich auch so. Auch der, ähm, äh, Schneeleopard. Äh, ja, das Gehege, du konntest nichts sehen, ne. Das stimmt. Aber ich bin aber auch nicht so der Freund von kleinen Gehegen, wie man hier unschwer erkennen kann. Aber hier kommen ja noch ein Bison rein. Uh, 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 wir haben Nachwuchs. Hi. Na? Maulmüffel. Hi. Wir haben uns noch nie gesehen, ne? Ich habe die in keinem Zoo bis jetzt verarbeitet. So. Aber wir können ja, wir können, wir können, wir haben doch was erforscht. Warte mal. Wir können doch, ähm, Veterinärforschung abgeschlossen. Was haben wir denn fertig? Uh, Gabelbock ist fertig. Das heißt, wir haben einen frei. Du kannst jetzt Lupus Lupus machen. Äh, und dann können wir den Gabelböcken mal was bauen. So, also, sehen sollten die Leute die Tiere schonen. Ach, das ist überbewertet, Ebis Games. Ich gehe doch nicht in den Zoo, um Tiere zu gucken. Wer macht denn sowas? Janni, also, dir auch nochmal eine entspannte, schöne Nacht. Einen guten Start in die morgige Woche. Und, äh, vielen Dank auch für dein, äh, Follow. Und, äh, wenn du noch interessiert bist, gerne auch auf, äh, YouTube. Da gibt's, äh, irgendwie mit 3.300 Videos, so um die Ecke. Verschiedenste Themen, wenn dich das noch interessiert, sehr gerne auch da mal eben rüber. Den Link kriegt der Ausrufezeichen YouTube. Ne, hast recht. Ich gehe auch wegen der überteuerten Essen dorthin. Ja, genau, genau, genau. Ja, der pöbeln Leute, der vollen Wege. Darum geht man doch dahin. Und nicht wegen so ekelhaften Tieren. Wer macht denn sowas? Bäh. Ja, das Schlimme ist, ich war schon ewig nicht mehr im, äh, in einem Zoo. Ich bin mit dem, ich bin auch nicht so ganz sicher, ob ich, äh, ein Zoo gut finden soll. Das ist halt das Problem. Ich bin mir da nicht so sicher. Kannst du eventuell mal den, äh, Back-Simulator stemmen? Hattest du ja mal aufgenommen. Den Back-Simulator. Was ist denn der Back-Simulator? Das Spiel sagt mir gerade gar nichts. Streamen können wir alles. Das ist nicht das Problem. Aber Back-Simulator? Back-Simulator? Back-, Back-Simulator? Meinst du dieses, ähm, äh, Cooking-Simulator? Wo ich ein Let's Play von 17 Folgen gemacht habe, nachdem ich, äh, oder bis ich Wutentbrannt gesagt habe, fick dich, du scheiß Drecksspiel. Ja, wenn du, du möchtest nur einen Wutanfall haben, oder? Alter, das ist ja wohl das. Oh, dieses Spiel, ey, das hat mich zur Weißglut gebracht. Äh, ja, können wir machen, können wir die Tage mal machen. Ich habe es bestimmt nur auf Platte. Oder habe ich schon deinstalliert? Alter, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, da mache ich jetzt die Backofentür auf, die geht einmal durch den Backofen durch, erwischt meinen Fisch und der fliegt durch die halbe Küche. Ey, ich habe gedacht, ich raste gleich aus. Das müsst ihr euch mal, macht ihr doch auch Spaß, gebt zu. Ja, so ein bisschen, aber ich habe mich auch furchtbar aufgeregt. Ich kann das ja sehr gut mit diesem Aufregen. Alter, war das eine Scheiße. Ich habe gedacht, wer produziert sowas? Ich hätte dem Entwickler in dem Moment derart in die Fresse gehauen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Weiß ich nicht, hat PewDiePie das gespielt, Coblivions? Ich folge ja so wenigen YouTubern. Ich habe ja nie Zeit. Ähm, ja, ja, Cooking Simulator. Wie gesagt, da gibt es, glaube ich, 17 Folgen oder was. Als eigenständige Playlist auf meinem YouTube-Kanal. Ja, könnt ihr euch mal eben angucken. Und dann werdet ihr auch verstehen, warum ich so schlechte Laune hatte. Also, selten so eine Kacke gesehen, ehrlich gesagt. Ja, aber, ja, irgendwo hat es Spaß gemacht. Aber das Blöde ist halt, ich kann ja auch kochen. Ich koche ja sehr gerne. Und dann ist natürlich sowas wie, ähm, ja, weiß ich nicht. Du sollst mit einem Messer, ähm, aus einer Kartoffel zehn gleich große Stücke schneiden. Ähä, ja, ja, das, es wird jemanden geben, der das schafft. Aber, nein, ich nicht. Habe ich nichts mit zu tun. Vielleicht war es auch Wilbur. An welchen Wilbur denkst du jetzt? Ich meine, ich hatte mal einen, ne? Diesen etwas verwirrten. Da müsste ich übrigens mal endlich den ersten Teil als zweiten aufnehmen. Irgendwas mit Chroniken, ne? Sud. Irgendeiner hat das gespielt. Sud? Sud sagt mir wieder nichts. Aber ich hatte da auch einen Wilbur. Wie heißt denn das? Das ist schon wieder über zwei Jahre her, dass ich das Let's Play gemacht habe, glaube ich. Ähä, die Viehchroniken, wie heißt denn, wie heißt denn die Serie? Die besteht doch aus drei Spielen, ne? Ich habe sie alle da, aber ich komme nie dazu, sowas aufzunehmen. Weil mich auch die Viehchroniken so ein bisschen, hm, hm, hm. Wie heißt denn das nochmal? Ich habe Loch im Kopf. Ist wieder soweit. Ich bin heute sowieso den ganzen Tag bräsig. Ähm, wir müssen noch ein Gehege bauen. Was sollen wir hier für ein Tier reinsetzen? Denkt dran, wir haben kein Geld. Wie weit machen wir das denn? So bis hier, ne? Ja, hier, warte mal. Dann bauen wir jetzt Wege. Ist ja natürlich wieder Nacht. Das geht ja auch in der Kampagne. Kann man das ja auch nicht umstellen. Wie? Thank you. So.